Als nächstes haben wir aus einem anderen europäischen Land, Kira aus Belgien. Herzlich Willkommen! Ich bin froh, dass sie es nicht auf jeden Fall verabschieden haben. Das Sunday sind wir in der Führung der Führung. Denn unsere Politikerinnen mussten für Klimawandel wählen. Gestern haben wir gehört, dass sie gegen sie wählen haben. Das Sunday haben wir unser 12. Streich. Und wir werden immer auf die Streichung gehen, bis sie hören können. Wir fragen ihnen zwei Dinge. Fahre die Verabschiedungen, die ihr eingetragen habt, und hör auf die Wissenschaftler. Wir stehen auf einem gewaltigen Punkt in der Geschichte. Wir fragen euch, dass sie auf der rechten Seite stehen. Danke! Wir fragen euch, dass sie auf der rechten Seite werden können. Und wenn sie hier in der Geschichte nghi in der Geschichte gehen. Wir fragen euch, wie es damit ist. Aber wie es dort ist, ist es, das Mal wie mir jemanden zu erwarten. Ohne ich, woher sie in der Geschichte. Ich habe ja da. Vielen Dank.